In unserem kleinen Theater, auch für Sie, C'est la vie, ganz Paris, an einem Sonntag in Armino. Fini, Gastronomie und Theater passen ganz gut zusammen. Und nicht nur, weil es in der Küche von einem grossen Restaurant manchmal wie ein Theaterstück ist, oder weil es mir Momente hier verbringt, wo es am Gedenken gibt. Nein, ich rede von Elsässer Theater. Das gibt es im Restaurant Rosenmilch von Rosen einmal im Jahr, während einem speziellen Ofen. In der Küche wird gekocht und im Saal wird gelockt mit dem Gassen-Teater. In der Kulisse von seinem Sternenrestaurant spielt der Chef Übermetz mit seinen Kochliefeln. An diesem Ofen sieht die Stimmung ganz anders aus als sonst. 70 Personen kommen essen und helfen sich ein Cabarillet. Ein besonderer Ofen seit zehn Jahren. Ja, wir machen immer eine elsässische Spezialität. Und heute haben wir jetzt ein bisschen Ganselaber, Haare, ein Haare in Terrin und Ei als Dessert. Wir sind hier Elsässer und wir hängen ja an der Sprache. Und auch in diesem Unterricht unterstützen wir für das Elsässer. Was machen wir mit dir? Die Schauspieler kommen von verschiedenen Theatertruppen aus der ganzen Region. Die Gruppe heisst Gasselaber Theater und kommt jedes Jahr ins Rosenmeer spielen. Hopp, Ari! Wir können den Ruschisch vom Bespieler, das Iris ist von Straspori oder das Vivian und der Roland sind von Gavarschwir oder das Daniela ist von Wittelsen, aber Minusen. Habeli, kommst du? Vor allem in allen Leuten zu zeigen, dass man im ganzen Elsässer verschieden Dialetten spricht. Und darum sind wir zusammengekommen für Theater, du tust das Theater zu zeigen. Ich weiß, du bist oft das GPS-Konzentriere an euch noch. Amel, was die in dem Apparat sind, da hoch ich schon, aber wenn ich nicht sag, da hoch ich niemand. Ob es ein kleiner oder ein langer ist, er hätte seinen Effekt heute nicht gemacht. Das Problem habe ich nicht. Warum? Wir trinken nicht, gell? Nein, ich habe nichts drin im Kopf von Wittemacher. Das Konzept, Café-Theater und Tisch-Raum zwischen den Gängen. Das hat mit einer Bühne gar nichts zu tun. Wir sind hier in den Leuten drinnen. Wir haben es vorhin gesehen. Ich habe mich jetzt auch bei jemandem auf der Schoße gesessen. Wenn er auf der Bühne ist, dann fiel es so weit. Ich kann zwar mit ihm reden, aber das ist nicht das selbe. Man hat keine Notgreyfansicht und man kann reagieren, dass wenn es ein Wupp zusammen ist, man kann sagen, jetzt steuern kann man an, jetzt bist du dran. Und das ist das Interessante. Improvisieren, das erleben sich die Schauspieler. Ihre Sketches sind teils adotiert, teils aber auch extra für die Aufführung geschrieben. Zuerst muss man wissen, was man schreibt und wer sie interpretiert. Und dann muss man etwas suchen, das ein bisschen in die Welt deutet. Und natürlich kann man auch etwas nehmen, was jemand anderes gespielt hat, auf Deutsch oder Französisch. Manchmal muss man auch ein bisschen schockieren, aber man muss sich gleich wieder zurückholen. Man muss nicht zu weit gehen, sowieso nicht im Vulgären. Wenn man jetzt das Alkohol besser vertrauen will, kann man Eel schlucken. Ja, Oliven-Eel. Äh. Ja, das muss man noch prägen. Alter, wie ich es durch die Camionaire gemacht habe, dass wir nicht ständig Busch fahren, habe ich jedes durch dort habe ich Eel geschluckt. Eel geschluckt, das habe ich es, der Puchet und der Laisseur Oliven-Eel. Der Umsatz ist ragideweise in Tee. Wunderbar. Warum? Da kann man es wenigstens lachen und es gibt noch dabei. Und hier in Elsassisch. Es ist klar, und in einem Restaurant setzt man nur noch mal ein, der trinkt und da darf man noch lachen dabei. Super. Es ist richtig prima. Es ist erst einmal für mich schon richtig super. Vor einem Publikum herkämpft sich vom Norden bis in den Süden von Elsass, soll sich das Gasseldeater nächstes Jahr wieder im Rosenmeer produzieren. Nach zehn Jahren Existenz hat sich Shins Konzept nicht verraltert. Weisst du was? Da kann ich mich sogar ein alter und riesiger Wittmann finden. Weisst du, wie man da so sagt, Maigl? Mach so ein Portemann, der einen Mann dranhängt. Genau. Bilanz, da gibt es keine Bilanz, es geht alles weiter, es gibt nichts Bilanz. Wir haben eine Bilanz, da ist nichts bei uns, es geht es vorwärts. Und alles hin und weiter, es gibt keine Bilanz, nur Positives. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Der Rund der Kabarett ist schon zwiebeln.